So, hallo und willkommen back on unserem Channel. Das hier wird wieder mal eine Ausnahme. Ich hab mir nur gedacht, ich kann das einfach mal machen, zum Ausprobieren auch. Und einfach, weil ich ihn kenne, auch ein ganz klein bisschen persönlich. Was heißt persönlich? Ich hab mit ihm gechattet und so. Und das hier ist sein Channel. Also, ich werd hier nachher ein Video laufen lassen. Das ist das Let's Test Eden Eternal. Der erste Part, Ursun Power. Und er hat im Moment auf seinem Channel zwei Videos einmal hochen. Ups, ah, da hat sich grad der Download gemeldet. Let's Promote hat er gemacht und dieses Eden Eternal, was ich eben erwähnt hab. Er hat im Moment 17 Abonnenten, insgesamt 62 Videoaufruf. Ich hatte nur zwei Videos, aber ich lese euch mal grad vor, was er über seinen Channel schreibt. Ich mache kostenlose Avatare, Let's Play unheimlich gerne und Promote auch gerne. Mit K geschrieben, gerne. Welche, also anschreiben bei Interesse. Hier auf dem Channel werden auch noch Tutorials und so weiter kommen. Da hat er hier so eine Abo-Checklist gemacht. Mal gucken, was bei mir steht. Ach, mir Abo-Checklist. Okay. Ich wollte nur noch mal gerade promoten, weil ich ihn ein bisschen kenne und so. Und ich denke, ja, der kann das bestimmt nicht schlecht, also der kann es schon gut gebrauchen, meine ich jetzt so. Meine ich verspreche ihn auch so gerne. So, das war es jetzt auch schon eigentlich. Der Link vom Channel wird natürlich wie immer in der Beschreibung sein. Und bis bald.